Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde und salvete spectatoris zu einem weiteren Let's Play Projekt von Roam Total War mit mir dem Tante Günner. Auch bekannt als Günther Shadow, ich spiele nochmal den ersten Roam Total War Teil heute für euch und freue mich auf ein kleines Intermezzo. Ich werde eine kurze Kampagne spielen, im Hintergrund rendert gerade ein anderes Video und ich habe festgestellt, ich kann auch Roam 1 spielen, weil es einige Leute gab, die waren so ein bisschen unzufrieden mit dem Let's Play Projekt von Star Realms, warum auch immer, ich mag das Spiel eigentlich gerne. Ich habe gedacht, ich kann es ja abwechseln, so von Kampagne zu Kampagne. Es wird einige Leute geben, die feststellen und ich erkläre jetzt mal ganz kurz noch zwei, drei Sachen, die fast alle Zuschauer interessieren werden, die das Spiel jetzt noch nicht so super genau kennen. Es wird ein paar Zuschauer geben, die sich fragen, warum ich mehr Einheiten habe als sie auf ihrem Rechner. Sagen wir mal, ich habe, keine Ahnung, 120 und die haben 40. Geht in die Grafikeinstellungen, wählt die erweiterten Optionen und setzt eure Einheitenzahl hoch. Kann auf die Rechenleistung eures PC gehen, bei mir haut es ohne Probleme hin. Ich spiele es ja auch schon recht alt, ist nicht mehr das allerneueste, aber man braucht schon ein bisschen Grafikpower. Da wird es einige Leute geben, die werden sich fragen, warum hat denn der Günner bei der Kampagne alle möglichen Länder, die ich nicht habe, wie zum Beispiel den Senat oder sagen wir mal Numidien. Das hat was zu tun damit, dass ich in der Datei desk-unten-strat, ich schreibe es in die Videobeschreibung rein, kein Problem, dass ich dort alle Fraktionen außer die Sklaven auf Spielball gesetzt habe. Warum nicht die Sklaven? Kann manchmal zu Spielcrashes führen. Ihr findet diese Datei im Data-World- und dann Campaign-Ordner, also zuerst der Data-Ordner, dann der World-Ordner und dann der Campaign-Ordner von eurem Roam1. Wenn ihr es auf Steam gekauft habt, ist es im Steam-Apps-Ordner, da werdet ihr es finden. Und jetzt gibt es noch eine andere Sache, die ich noch ganz schnell loswerden will. Es wird ein paar Leute geben, die stellen ganz frustriert fest, scheiße, bei mir funktioniert Roam1 gar nicht mehr. Und die haben das nicht auf Steam. Und das liegt daran, dass die meisten Windows-7-Systeme mittlerweile schon einen veralteten, ich will jetzt nicht sagen Kopierschutz, aber schon eine Datei oder einen Dienst, der zum Kopierschutz gebraucht wurde, abgeschaltet haben. Wenn dieser Dienst deaktiviert ist, wird Roam nicht mehr richtig starten und weil dieser Dienst ein Einfallstor für alle möglichen Angriffe auf das System war, hat man sich bei Microsoft gedacht, wir schalten das Ding jetzt ab zum Wohle unserer Anwender. Hat zur Folge, dass einige alte Spiele dann eben nicht mehr funktionieren. Eines davon ist Roam, leider. So, wir spielen auch sehr schwer, sehr schwer und ich hätte eigentlich euch alle mit Chirete begrüßen sollen. Ich wurde gebeten, darum, ich solle doch mal die Griechen spielen, werde ich auch machen. Viele andere haben gefragt, Spiel Kartago, würden sie auch gerne sehen. Manche haben auch gesagt, Kartago ist schwieriger. Ich finde Kartago eigentlich recht einfach, also Kartago ist am Anfang deutlich schwieriger, aber keine Sorge Leute, Kartago werden wir auch noch sehen. Also Griechenland wird es jetzt werden. Wir verwalten alle Siedlungen selbst. Ich will sehen, was die KI macht. Ich brauche kein Schlachtenzeitlimit und Schlachten im Arcade-Stil will ich erst recht nicht. Für alle, die sich fragen, was das Ding macht, dann hat man unendlich Munition und man hat keine Erschöpfung und so weiter und so fort. Ich will aber mit den ganzen Effekten da spielen. So, also wir spielen die Griechen, ihr kennt das ja von mir, ich lese immer die Texte vor und ich bin ja Berufshistoriker. Ich sage immer was zu den Fraktionen, die ich spiele. Ich werde in diesem Let's Play auch was zu der Geschichte der Griechen sagen. Die Griechen haben das Recht, stolz zu sein. Sie sind die Väter der Demokratie und des Verstands. Sie brachten die Zivilisation und Kultur in die Länder rings um das Mittelmeer. Es gibt nur wenige Ecken in der bekannten Welt, die es noch nicht mit einer griechischen Armee zu tun hatten oder die noch nicht durch wunderschöne griechische Architektur geschmückt wurden. Die Welt verdankt ihr heutiges Gesicht den Griechen, die die Despoten aus Persien bekämpften und die Alexander bis zum Ende der Welt führte. Muss man aufpassen, Alexander war ja eigentlich Makedone und die Makedonen fühlten sich nicht unbedingt als Griechen, so wie die, ihr werdet es sehen, also ich werde das alles noch erklären. Doch mittlerweile haben die Griechen an Macht verloren und sich zum Großteil in ihr Heimatland zurückgezogen. Ein loser Zusammenschluss von Stadtstaaten und Kleinkönigreichen, der nur noch durch das gemeinsame Schutzbestreben zusammengehalten wird, ist alles, was übrig geblieben ist. Aber dennoch ist Griechenland zu mehr berufen. Dasselbe Blut, das sich einst Xerxes widersetzte, strömt noch immer durch die Venen der Athener, Theben, Spartaner und all der anderen. Diese Männer Griechenlands wissen noch immer den Wert der Unabhängigkeit und Zivilisation zu schätzen und könnten ihn jederzeit wieder in alle Ecken der Welt verbreiten. Vielleicht ist es genau jetzt an der Zeit, dass die Griechen wieder an Größe gewinnen. Alexanders Erben kämpfen noch immer für das Reich. Die aufstrebende Macht Rom wird schon bald Italien verlassen und in andere Gefilde vorstoßen. Sie sieht sich den Kartagern als Rivalen gegenüber. Im Norden befinden sich die halb zivilisierten Darkia und andere Barbaren, die mit Sicherheit keine Bedrohung für zivilisierte Völker sind. Und bis zum heutigen Tage mussten die Griechen auch noch nie vor Despoten aus dem Osten auf die Knie fallen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mal direkt in die Kampagne rein. Ich weiß gar nicht, wer kommt in der Videosequenz? Finden wir es raus. Die Griechen können die Welt regieren. Alexander tat es. Er führte eine griechische Armee bis zum Indus. Er hat alles erobert. Die Welt gehörte ihm. Aber Alexander ist tot. Sein Reich zerfallen. Daher leben wir in schlechten Zeiten. Die freien Griechen haben sich gegeneinander aufgelehnt, statt gegen ihre Feinde. Diejenigen, die neidisch auf all das blicken, was Griechen erreicht haben. Alexander muss weinen. Falls die Toten weinen können, ich würde an seiner Stelle weinen. Aber ich würde auch hoffen, das Blatt wendet sich. Das, was war, kann sich wiederholen. Das Schicksal spinnt noch immer das Netz des Lebens. Und vielleicht wünschen die Götter eben jetzt, dass die Griechen emporsteigen. Vielleicht wird ein neuer Alexander zum Schwert greifen. Ordnung in das Chaos bringen. Die Welt in ungeahmter Herrlichkeit neu erschaffen. Vielleicht. Ein Intro, das mir insgesamt sehr gut gefallen hat. Und ihr habt am Anfang auch schon sehr tolle Einheiten zu Gesicht bekommen, die wir alle noch gleich ein bisschen ausführlicher vorstellen werden. Die Burschen hier in dem Nachthemd, das sind spartanische Hopliten. Das ist eine der stärksten Einheiten im Spiel, auf die wir ganz gut aufpassen müssen. Wir werden sie nur in Sparta und in Syrakus, soweit ich weit bauen können, in den anderen Städten nicht. Die Besonderheit der Griechen bei der Ausgangssituation ist einfach, dass man hier sehr verstreut ist und somit eine große Angriffsfläche für viele andere Fraktionen bietet. Darunter zum Beispiel die Römer und darunter zum Beispiel auch die Makedonen, die Erben Alexanders. Also hier eigentlich die echten Erben Alexanders. Alexander selbst, habe ich eben schon gesagt, hätte sich vielleicht dann doch eher als Makedone gesehen. Zumindest gibt es unter Alexander aber doch die Bestrebungen, die man erkennen kann, dass er versucht hat, die griechischen Städte nicht nur unter seiner politischen Macht zu ein, sondern auch wieder die kulturellen Aspekte der Griechen zusammenzuführen. Und insofern könnte man ihn vielleicht wirklich auch als Griechen bezeichnen. Es ist tatsächlich so, dass sich diese griechische Kultur, die, obwohl sie politisch sehr zersplittert war, was die Griechen anfällig machte eben für die Römer, dass sich diese griechische Kultur trotz der ganzen politischen Zwistigkeiten nicht so stark nennenswert unterschied. Eine doch bemerkenswerte Eigenschaft, weil die Griechen es ja zugleich noch geschafft haben, einen sehr, sehr großen Teil des Mittelmeeres, also hier viele, viele, viele verschiedene Küstengebiete zu kolonisieren und dort kleinere Städte zu errichten. Massilia weiß ich nicht mehr genau. Ich muss mal überlegen. Fällt mir jetzt gerade nicht mehr genau ein, werde ich nachher nochmal sagen. Gut, bevor wir weitermachen mit weiteren historischen Exkursen. Ihr kennt das von mir, ich habe immer so eine Powerplay-Strategie am Anfang, wo ich hier versuche, es Maximum rauszuholen aus dem, was geht. Wir haben einen Spion am Anfang, der hat eine gute Erfolgschance in Athen, uns die Tore zu öffnen und das wollen wir auch gerne machen. Ich hole mir ganz gerne zuerst solche Städte wie Athen. Man hat hier einfach den Vorteil, dass man noch keine kriegerischen Auseinandersetzungen mit den Makedonen provoziert. Die werden mir früher oder später so oder so den Krieg erklären. Allerdings können wir es so momentan, glaube ich, noch ganz gut aushalten. Das heißt, Athen ist hier unser erstes Ziel. Da drüben sind die Carthager. Ich möchte hier ganz gerne eigentlich Syrakus behalten. Das ist insofern schwierig, weil die Scipionen sehr früh einen Auftrag bekommen, gegen Syrakus vorzugehen. Und die Bruti bekommen sehr früh einen Auftrag, gegen Thermon vorzugehen. Insofern haben wir hier also jetzt wirklich keine einfache Situation. Aber was wir machen können ist, wir können mit Quintus Scipio ein Handelsabkommen schließen. Und wir können ihm unsere Karteninformationen für, ich glaube, sagen wir mal so 400 können wir sicher verkaufen. Es geht wahrscheinlich auch mehr, aber wir verkaufen es ihm mal für 400. So eine grobe Richtlinie sagt 100 pro Stadt. Wir haben fünf Städte. Deswegen kann man als Grieche, glaube ich, ruhig 500 fordern. Aber es ist nicht unbedingt zu empfehlen. Kann ich etwas tun? Die Römer werden uns sehr, sehr bald den Krieg erklären. Und wir haben aber noch hier eine weitere Fraktion, nämlich die Carthager. Und auch die könnten uns unter Umständen den Krieg erklären. Insofern suchen wir jetzt erstmal die Carthager und versuchen dennoch unsere Karteninformationen zu verkaufen. Haltet ihr das für unsinnig, die Karteninformationen zu verkaufen? Ich sage nein, weil die KI sowieso weiß, wo wir sind. Ich brauche die Karteninformationen der KI nicht. Ich weiß, wo die KI ist. Ich habe das Spiel schon ein paar hundert Mal gespielt und kenne mich da entsprechend aus. Nein, jetzt ein paar hundert Mal nicht, aber ich habe es schon ein paar Mal gespielt und insofern brauche ich die hier nicht. Wir müssten jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht zwingend vor Piraten aufpassen, weil die Piraten erst so in der dritten Runde kommen. Bis dahin brauchen wir aber ein paar Schiffe. Wir können hier mit unseren Seiten erben. Oder ist es der Anführer? Ach, ne Moment, der hat so eine große... Ne, ne, ne Moment. Ich komme gerade mit den Einheitenzahlen ein bisschen durcheinander. Also ihr seht jetzt hier, ne? 160 ist das mit den großen... Ja, und hier ist der Anführer. Und bist du da nicht der Erbe mit 48 Einheiten? Müsste er doch sein eigentlich. Ha, der hat eine echt große Armee. 48 Familienmitglied. Ach, Moment mal. Der... Ja, da ist der Erbe. Okay, gut. Das ist eine Kavallerie-Einheit, die wir haben. Wir haben sehr, sehr viel Phalanx-Kämpfer. Ich mag die Miliz-Hopliten ganz gerne als Defensiv-Einheit. Sie sind offensiv nicht so wirklich stark. Man muss sie schon mit Kavallerie kombinieren, aber sie haben eine sehr schlechte Moral. Die normalen Hopliten sind schon besser. Ähm, die ultimative Einheit ist natürlich schon... Sind schon die spartanischen Hopliten. Allerdings, guckt es euch an, die kosten 460 Kröten pro Runde. Das ist sehr teuer. Wenn man aber mal welche hat, dann nimmt man die eigentlich immer mit. Was macht man jetzt so als Grieche am Anfang? Man baut erstmal in jeder Stadt einen Bauern. Jetzt müssen wir gerade gucken, ob ich hier noch irgendwo durchschalten kann. Ich hatte mal irgendwann mein... Ich hatte mal irgendwann so ein Tastaturprofil geschrieben, das aus irgendeinem Grund noch nicht funktioniert. Ah, doch, da haben wir es doch. Ah, nee, er geht zum Anführer. Ah, okay, hier ist glaube ich besser, oder? Ich muss mich da noch ein bisschen noch mal reinfuchsen. Genau, wir nehmen hier überall die Bauern mit, sodass wir die in jeder Runde haben. Wir können hier die Miliz-Hopliten aufwerten, weil wir hier über einen Schrein verfügen. Ein Tempel der Nike. Das ist ein sehr sinnvoller Tempel, der erhöht die Einheitenerfahrung. Und ich denke auch, den möglichst bald auszubauen. Aber am Anfang kommt immer erstmal die Ökonomie, die Wirtschaft, die ist das Wichtigste. Und deswegen finde ich, sind die Griechen nicht so wirklich schwer zu spielen. Denn wenn man relativ unbeschadet den Anfang übersteht, macht man hier einfach einen Haufen Geld. Die Städte sind unglaublich reich. Man baut typischerweise in jeder Stadt einen Hafen, außer hier vielleicht. Da muss ich gleich nochmal gucken. Hier haben wir schon einen Hafen in Rodos. Muss ich mal gleich gucken. Aber ansonsten bauen wir überall erstmal einen Hafen, wo wir einen Hafen bauen können. So, das Ding hier ist relativ teuer. Es würde sich hier ein Tempel der Nike anbieten, damit wir die Einheiten hier ein bisschen upgraden können. Das Ding ist, es könnte durchaus sein, dass die Römer uns schon gleich angreifen. Ansonsten sollten wir es machen. Ich muss mal gerade überlegen, habe ich da hier die Möglichkeit, die Römer anzugreifen? Weil man kann es nämlich schaffen, die Römer anzugreifen. Dann habe ich zwar Krieg mit allen römischen Fraktionen, aber den Burschen, den kann man, glaube ich, ganz gut wegplätten. Und dann holt man sich hier die zwei, dann holt man sich hier die zwei Hanebambel mit und dann geht es rund. Allerdings mag Syracuse es natürlich nicht. Gehen wir mit dem Steuersatz auf Niedrig, dann passt das aber. Wir haben so eine schlechte öffentliche Ordnung, weil wir keine Garnison drin haben. Da gibt es nochmal einen besonderen Malus. Seht ihr hier, keine Führung. Also wir haben vor allen Dingen halt keine Garnison drin, was man aber echt mal in Erwägung ziehen sollte. Wir haben in der ersten Runde hier eine Garnison drin und dann passt das ja eigentlich ganz gut. Es gibt außerdem noch Tempel, die die Handelsgüter steigern. Braucht man nicht unbedingt. Bringt erfahrungsgemäß, bringt relativ wenig. Es ist wichtiger, entweder den Schrein der Nike zu bauen, weil der die Erfahrungsstufe für die Einheiten erhöht oder den Schrein der Athene. Der bringt nämlich einen Bonus auf öffentliche Ordnung durch Gesetze. Und die reduzieren die Korruption, die wir hier sehen. Die kostet uns hier auch echt schon eine ganz schöne Stange Geld. Die Korruption wird stärker, je weiter wir von unserer Hauptstadt momentan Sparta entfernt sind. Athen ist nicht unsere Hauptstadt. Athen hatte damals schon die griechischen Bündnisse, also die Bündnisse der griechischen Pollais, der Stadtstaaten verlassen und machte mehr so ein eigenes Ding. Deswegen sind die hier übrigens auch als Rebellen markiert. Wir haben hier Bauern am Start und die lassen wir auch auf jeden Fall drin. Das Doofe ist, ich komme hier noch nicht gut dran vorbei. Wie sieht das aus mit Korinth? Könnte ich mir da einen Krieg leisten? Theoretisch ja. Das ist relativ schwach garnisoniert. Man könnte sie sofort belagern. Die Armee hier oben ist ganz okay. Aber Larissa wird sehr, sehr schnell, sehr, sehr gut verstärkt werden. Deswegen nehmen wir hier alle Einheiten mal mit. Außer den Peltasten. Oder zeigen wir kurz. Wir könnten die eigentlich auch mitnehmen, ne? Ja, das ist doch super. Dann nehmen wir sie mal mit. Wir laufen direkt vor. Ich packe ihn deswegen in die Stadt, denn es könnte sein, dass dieser Spion mir die Tore öffnet. Und dann habe ich den Vorteil und könnte die Stadt im Sturm nehmen. Das wäre ganz, ganz praktisch. Unsere Beziehungen könnten sich jetzt ein bisschen dadurch verschlechtern, dass ich hier durch das Terrain der Makedonen durchmarschiere. Aber dann ist es halt so. Da komme ich gut mit klar. 70% öffentliche Ordnung sind noch vertretbar. Es sollte nur nicht drunter fallen. Aber wir haben nächste Runde hier einen Bauern drin. Deswegen können wir das machen. Achso, vielleicht nochmal gerade hier gucken. Ja, das sind 50%. Das haut im Leben nicht hin. Also, wir nehmen hier den Schrein der Athene mit. Erhöhen wir die öffentliche Ordnung in Syrakus und reduzieren die Korruption. Zahlt sich für uns doppelt aus. Ich glaube, das ist ein guter Staat. Und in Rhodos haben wir deutlich niedrigere Probleme. In Rhodos könnten wir tatsächlich sogar den Handel gebrauchen. Oder das zusätzliche Wachstum der Stadt durch den Schrein der Aphrodite. Mehr Bevölkerung ist hier auf jeden Fall gut. Ich würde aber am Anfang vielleicht dann Ja, wir sollten ja schon irgendwas bauen, was Geld gibt. Man sieht das dann übrigens, wenn man so ein Gebäude baut und sich dadurch das Einkommen erhöht. Dann seht ihr hier, der Tempel, der bringt uns vier Kröten mehr. Dann wissen wir aber auch, dadurch, dass der Tempel 400 kostet, brauchen wir 100 Runden, bis der sich dann voll amortisiert hat. Also, bis wir die Ausgaben wieder drin haben. Das ist dann natürlich nicht ganz gut. Verbessert sich hier Einnahmen. Verbessert sich hier ein bisschen mehr. Auch nicht wirklich doll. Korruption steigt marginal. Nur so ein bisschen. Also, ich würde dann empfehlen, hier schon mal... Ach, Moment. Stopp. Ich will ja hier in Rodos meine... Ich will ja auch von Rodos... ...loslegen. Und zwar muss ich da hier hin segeln, damit ich von hier aus nämlich sofort auf das Schiff komme. Ja, Stratego, Maschinen! So, Steuersatz 65. Ich muss leider noch mal einen Ticken runter. Ich brauche in Rodos auf jeden Fall bald ein Schiff, aber die drei Schiffe werden es am Anfang noch tun. Wir bauen hier den Schmied, sage ich... Ja, wir bauen den... Nee, wir bauen den... Wir bauen, wir bauen, wir bauen. Moment, lass mich nochmal überlegen. Lass mich nochmal überlegen. Schrande, Aphrodite, Bevölkerungswachstum erhöhen. Den Schmied, den will ich nämlich haben, damit ich hier meine Schiffe aufwerten kann. Der Schmied verbessert ja leichte und schwere Waffen und Schiffe zählen als schwere Waffen. Deswegen ist das hier ganz sinnvoll. So, die erste Runde dauert bei mir immer recht lange. Müsst ihr leider... Damit müsst ihr hier leider rechnen an der Stelle. Wir haben außerdem noch ein paar Truppen in Pergamon. Aus Pergamon lohnt es sich, glaube ich, am Anfang nicht so sehr rauszumarschieren. Saales gehört den Seleukin, denen wir übrigens unsere Karteninformationen verkaufen werden. Aber Halikarnassos ist recht wichtig. Es ist auch nicht so verkehrt, von Pergamon hier rüber zu laufen. Ich möchte immer möglichst schnell gerne meine Armeen zu einer sehr, sehr großen, schlagkräftigen Armee verbinden, damit ich mit der ein bisschen umherziehen und Brand schatzen kann. In Pergamon werden wir bald auch noch eine Stadtmauer bauen. Sparta übrigens, historisch ist überliefert. Jetzt muss ich überlegen, ist es Tukidides, Herodot? Ich glaube, es ist Herodot, der überliefert, dass Sparta nie eine Stadtmauer gehabt habe. Und also so zu seinen Zeiten natürlich nicht. Und das ist wohl nicht ganz historisch, aber es ist natürlich toll und zeugt von der Kampfkraft der Spartaner, die dort vor einiger Zeit wohl gelebt haben. Und wir werden nachher eine Stadtmauer hier bauen. Ich habe das eigentlich ganz gerne. Gut. Also direkter Krieg mit den Makedonen ist es definitiv nicht wert. Krieg mit den Römern da hingegen sehr, sehr wohl. Ich würde sagen, wir machen das auch. Erste Runde Krieg mit den Römern. Achso, ich habe das Handelsabkommen mit denen geschlossen. Dann vielleicht doch noch nicht. Moment, Krieg mit den Kartagern. Ah, aber die Römer werden mich angreifen. Nein. Moment, ich muss nochmal gucken. Aber die bauen mir sonst Einheiten. Ja, wir greifen die Römer an. Jetzt muss ich gerade überlegen, wenn ich mich jetzt zurückziehe, haue ich dann komplett ab? Nee, ne? Ah, mir fehlt ein bisschen Geld. Okay, kein Problem. Lässt sich alles regeln. Lässt sich alles regeln. Ich wollte doch hier sowieso die Straße bauen, oder? Gut. Ich nehme noch die Hauptliebten mit. Jetzt haben wir hier folgenden Effekt. Das hier sein... Das ist, glaube ich, sein Seitenanführer. Der kommt mit raus. Er hat halt wesentlich bessere Einheiten als wir. Aber ich will euch auf jeden Fall im ersten Part noch eine schöne Schlacht zeigen. Wir greifen die schwächere Armee an, deren Fernkämpfer wir wohl sehr gut vernichten können werden. Hier müssen wir jetzt schnell sein. Und wir müssen hier jetzt eine Schlacht hinlegen, die wir so managen. Und jetzt wirkt sich das auf mich... Oder fühlt mich ein bisschen negativ aus, dass ich so lange kein Rome mehr gespielt habe. Wir müssen das jetzt so hindrehen, dass wir seine Armee komplett abfangen. Unsere Feinde stehen versammelt und es geziemt sich nicht, sie warten zu lassen. So eifrig scheinen sie auf unsere Linien und die eigene Probe zu machen. Nun seht nach vorn. Markiert das Ziel und lasst uns die größte Sorge des Feindes sein. Das war eine schöne Ansprache. Also ich möchte es gerne halt so regeln, dass ich mit meiner Kavalerie vorstoße, seine Fernkämpfer ausschalte, mit meinen Fernkämpfern halt dazu stoße. Und ganz wichtig wird es eben sein, die Schlacht so zu managen, dass er keine Chance hat, mit seinen Einheiten seine Armeen zusammenzuführen. Entschuldigung. Ich muss mich noch ein bisschen mit der Steuerung vertraut machen. Ich bitte das zu entschuldigen. Also als Offensiv-Einheiten sind diese Hopliden einfach nicht wirklich gut. Es sind eigentlich bessere Defensiv-Einheiten. Ich werde auch in der Schlacht mal gleich pausieren müssen. So da. Ich glaube, so kann man... Ich glaube, so kann man es angehen lassen. Der Fährmann wird heute viel zu tun haben. Der Feind hat mehr Männer in den Kampf gerufen. Er greift da wahrscheinlich hier mit seiner Kavallerie ein und seinem General. Ich muss jetzt hier schnell raus. Ich habe mir hier so ein Mehrfach-Klick draufgelegt. Oh, shit. Falsche Formation. Na komm, treff an. Ach, das ist echt blöd. Der feindliche General läuft davon. Nie sollte sich ein Anführer so verhalten. Doch am schlimmsten ist dies in mitten einer Schlacht. Gut, das packen wir jetzt schon mal. Ansonsten habe ich mich hier aber nicht mit ihm gekleckert. Lob sei den Göttern. Die Herzen unserer Feinde sind mit Furcht erfüllt, sodass sie fliehen. Okay, schön. Ja, ich muss mich wieder ein bisschen mit der Steuerung vertraut machen. Hier habe ich nicht mehr so 100% drauf. Von der Armee da kann ruhig ein bisschen was überleben. Das ist nicht ganz so schlimm. Wichtig wäre mir eigentlich hier, dass meine Truppen das jetzt ganz gut überleben. Immer bitte hier hin. Und stellt sich bitte dahin. Und die Bogenschützen stellen wir dahinter. Mit der Leertaste. Ach so, Moment. Zwei, stimmt. Zwei Sachen möchte ich euch noch erklären. Und zwar, das werden jetzt bestimmt auch wieder einige Fragen. Günner, warum kannst du diese gelben Pfeile hier da anzeigen lassen? Warum die Einheiten da hinlaufen? Mach dir mit der Leertaste. Und der eine oder andere wird wahrscheinlich noch fragen, Günner, wenn ich versuche hier, Moment, zurück zum Spiel. Wenn ich versuche hier weiter hin zu scrollen, dann bleibt meine Kamera so hängen wie bei dir jetzt. Woran liegt, Entschuldigung, woran liegt das? Das liegt daran, dass ihr hier die Kamera nicht einschränken wollt. Wenn ihr da das Häkchen raus macht. Und dann funktioniert das, ja? Dann geht das auf jeden Fall besser. So, jetzt wollen wir mal gerade schauen. Ich denke, ich werde die mal auf eine lockere Formation stellen, weil dann kann der nämlich seine Peeler wunderbar in meine Plänkler, die eh keine Munition mehr haben, reinwerfen. Was sind das noch? Das sind fast alle, die da hinüber sind. Oh, schnell kommen. Wir schaffen das. Ich glaube, wir schaffen das. Warum verlieren wir die? Ach, ich muss den Plänkelmodus hier ausschalten. So, den General haben wir. Das ist jetzt nicht so gut, dass wir da mitten durch unsere Phalanx-Kämpfer rennen, aber gut. Oh ja, Schlachtfortsätzen. Das wird vor allen Dingen mein General erledigen wollen. Ich habe mich da jetzt vielleicht nicht so mit Ruhm bekleckert, wie ich es gerne getan hätte. Aber wir können mit dem Ergebnis in jedem Falle zufrieden sein. Müssen wir gleich gucken. Also wir haben halt hier was verloren bei den Hopliden, aber das ist halt leider so. Ich meine, wir kämpfen gegen Römer, die mit Peeler hier rum hantieren. Das ist keine einfache Sache. Wir haben die Verluste versucht, gering zu halten. Ich werde hier übrigens die Bewegungsbefehle der Einheiten, also von den Nicht-Kavallerie-Einheiten, nicht frontal draufsetzen, sondern immer sie schön so durchlaufen lassen. Das ist effektiver beim Verfolgen. Dann überwalzt man die Einheiten einfach so. Weil wenn ich jetzt so hier auf Angreifen klicke, dann rennen die nur hinterher, aber holen die gegnerischen Einheiten auch nicht wirklich ein. Und das geht hier jetzt etwas schneller. So, das machen wir jetzt auf dreifache Geschwindigkeit. Dann kann unser Bienenschwarm da... ...braucht nochmal diese Einheiten da plattrennen. Wenn übrigens so eine Situation ist wie jetzt und es ist nur eine Einheit übrig, dann könnt ihr das verkürzen, indem ihr dann hier die Schlacht verlasst. Eine glorreiche Leistung. Euer Sieg ist vollständig. Besser gesagt, vernichten. Ja, danke, danke. Ja, und zwar den Cornelius-Gipio haben wir komplett vernichtet. Der Quintus, der hat noch ein paar Einheiten über, aber den Rest den haben wir gekriegt. Gut. Ihr seht natürlich, der General, der killt die meisten. Das ist bei der Kavallerie so. Das Gute ist, die Verluste füllt er sehr schnell, wieder auf. Die Miliz-Hopliten haben viele Verluste zugefügt. Die Burgenschützen waren vernichtend. Die Peltasten vernichtend mit 119 Kills. Das ist auch der Wahnsinn. 90 bei den Hopliten. Also insgesamt war es, wo wir zufrieden sein können. Die meisten Verluste gab es auch bei den regulären Hopliten. Ansonsten war es überschaubar. Ja, wie sieht es jetzt aus? Wir haben unseren Kopf in ein riesen Hornissen-Nest gesteckt, aber dafür können wir eine Gefahr ein ruhmreicher Sieg. Mein Herr? Jetzt effektiv vorgehen. Messer ist offen. Das heißt also, der Bursche hier, ich glaube, er wird sich nochmal auffüllen. Das ist ein bisschen schade, aber die Felites werden wir sehr gut bekommen. Und wenn die Skipion jetzt nicht die ultimative Verstärkung bekommen, dann haben wir es eigentlich geschafft. So, das wäre es eigentlich mit meiner ersten Runde. So sieht meine erste Runde mit den Griechen aus. Krieg mit den Römern. Vormarsch auf Athen. Krieg mit Korinth. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Ich muss nochmal gucken. Ich werde gleich nochmal mit den Makedonen ins Spielstand starten, weil ich weiß nicht mehr genau, wo die Armee steht. Wenn die große Armee von denen da hinten steht, dann können wir auch jetzt schon Krieg gegen die Makedonen machen. Geht dann auch. Ist dann halt so. Wir machen Nägel mit Köpfen. Und von hier, da kommt unsere Verstärkung. Vielleicht werden wir auch zuerst Halikarnassus belagern. Die haben eine ganz gute Garnison. Sie werden einen Ausfall machen und es dauert ein bisschen, bis du da bist. Insofern, wir schauen uns das mal an. Die kritischen Bogenschützen und die Rottos-Steinschleuderer werden wir mitnehmen. Extrem gute Fernkampfeinheiten. Wir schauen mal, wie weit wir da kommen werden. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr im nächsten Part wieder dabei seid. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute. Jetzt habe ich meine griechische Verabschiedung vergessen. In diesem Sinne dann aber trotzdem einfach nur Pax, Vobiskum, Valete. Passt ja auch thematisch. Wir kämpfen ja gegen die Skippionen. Macht es also gut. Tschüss.